Hallo, guten Tag. Mein Name ist Sina Göppel. Ich bin die 39. Schrobenhausener Spargelkönigin. Es ist eine große Ehre für mich, dieses Amt innehaben zu dürfen. Ich bin das jetzt genau schon seit dem 13. August, ein Jahr lang. Und ich freue mich, weil bald beginnt meine Saison. Dieses Jahr etwas früher als normal. Das Wetter ist unglaublich toll und deshalb wird der Boden schön warm und der Spargel treibt. Wir sind heute hier auf der Garten München in der Halle C4 am Spargelerzeugerverband Südbayern Stand. Das ist ein Bifang. Dort wächst der Spargel unter der Erde, dass er weiß bleibt. Mit moderner Taschenfolie und mit allen Gerätschaften, die dazugehören und die man zum Ernten des Edelgemüses braucht. Ich bin der Laps mit dem Happensteil der Spargelkönigin. Ich bin der Lapschlehrer und der Sandstoffe der Spargelkönigin. Die Dräfte, dass er sehr viele Jahre alt sind. Ich bin der Lapschlehrer, der Spargelkönigin. Das ist ein Bifang. Ich bin der Lapschlehrer. Ich bin der Laufchlehrer und der Sandstoffe, der Spargelkönigin. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.